So hallo Leute, heute sind wir am Wittelsbacher Turm und jetzt will ich mal gucken, ich werde mal schauen, ob ich ihn erklimmen kann, da zum Beweis, Wittelsbacher Turm, da mal schauen, ob ich das Ding erklimmen kann, also ich war ja oben im Bayern-Turm, da war ja wesentlich höher und wesentlich schwieriger und hat gewackelt, der ist ja gemauert, der wird er wahrscheinlich doch ein bisschen besser aushalten, oder Nade, der wird uns halten, oder? Ja, der wird uns aushalten, garantiert. Und Renate, bist du immer noch so sicher, dass wir dann aufholen? Also wenn ich es nicht schaffe, dann bleibe ich im Haus stecken. Also gut, wir schaffen es mal. Aber ich denke, wir schaffen das. Yes, we can. Ganz schön anstrengend, ne? Ja. Ja. Na, genau, das ist das. Ja. Genau. Genau, ja nicht so wehe ist, ne? Ja. Na ja. Ja, genau. Liebe SWN Zuschauer, jetzt haben wir es geschafft, wir sind oben auf dem Wittelsbacher Turm und wenn ihr mal nicht bis zum Sonntag wohin, auch ein Ausflugsziel. Unten gibt es eine gute Kneipe, kann man gut essen und ja, das ist die Aussicht, nur ein bisschen windig ist es. So und da unten, ganz da unten, steht die Möhre und warte drauf, dass wir wieder runterkommen und ihr wisst ja, erfahrungsgemäß geht es runterwärts, leichter wie rauf. Also gut, wir laufen jetzt wieder runter und ziehen uns unten mal ein Bier rein, also ein kleines Bierchen, bleibt alkoholfrei, weil ihr wisst ja, wir fahren ja mit dem Moped. In Arriv ist der Roller gefahren mit einem neuen Windschild. Gut, ist er gefahren. Ist es besser mit dem Windschild, wenn du fährst? Ja, ist schon, wenn du besser fährst. Da merkt man schon, also, aber Roller fahren macht immer noch Spaß. So, hallo, jetzt sitzen wir auf der Terrasse und haben etwas typisch Fränkisches bestellt, nämlich saure Lunge mit Brezenknödel. Da bin ich ja mal gespannt, was wir da kriegen. Haben wir ja schon lange nicht mehr gegessen. Zu Mutterszeiten mal, so einer da zu malen. Also, ich bin echt mal gespannt. Also, Prost. Sehr zum Wohle. Prost. Und Renate, wie sieht denn der saure Lunge aus? Gut, schaut er aus. Sauer sieht er aus, ne? Wenn es dich hat sich geäichert. Mh, muss man probieren da. Probieren wir. Und? Gut. Gut? Ja. Müssen wir raufkommen, müssen wir probieren. Mh, und Semmelnknödel. Semmelnknödel, bayerische. Brezelknödel. Brezelknödel, ja. Mh, haben sie so einen alten Bayer mit dem heil gemacht. Probieren wir mal. Mh, du, du bringst mich in Not. Schmeckt gut. Schmeckt gut. Also, gut. Also, ich muss sagen, es schmeckt jetzt ganz anders, wie bei Muttern daheim. Weil da hat man ein wenig helle Sauce hingemacht, an der der saure Lunge. Und es schmeckt anders. Irgendwie, hm, nach Kräutern. Aber so, wie ich das kenne, die saure Lunge, das vermisse ich ein bisschen. Aber wenn die Renate sagt, das war gut, dann wird es so sein. Also, wie gesagt, ich kenne es ganz anders. Meine Mutter hat es ganz anders gemacht. Meine Mutter auch. Nicht mit so viel Kräutern. Also, meine Mutter hat es auch mit weißer Sauce und ohne viel Kräutern gemacht. Und größere Stücke waren das gewesen. Also, aber, na gut, ja. Aber es ist anders, ne? Ja, es ist mal etwas anders. Es ist halt bayerisch. Ich finde auch die Konsistenz der Sauce etwas, ja, ich finde es fast ein wenig flüssig. Und vom Geschmack her, na ja. Hm, es ist Geschmackssache. Alter, sie ist mir fast ein wenig zu süß, Alter, von Sau der Lunge, wie ich sie kenne. Also, wie alles im Leben ist natürlich auch das Essen eine Geschmackssache. Einen schmeckt es, einen schmeckt es nicht. Einer kennt so, einer kennt so. Also, es war von der Machart etwas in Ordnung. Aber, wie gesagt, ich kenne es halt ein bisschen anders. Und, äh, ein bisschen leicht enttäuscht, dass es jetzt nicht so war, wie bei der Mutter daheim. Aber egal. Dann machen wir uns das weiter nachher und schauen uns mal um, wenn wir ja ein bisschen zu Bacher Turm. Wie alt ist der Turm, hast du gesagt? Seit 1906. Seit 1906 gibt es diesen Turm. Und wenn ihr was zur Geschichte lesen wollt, halt viele mir fragen. Womit zählst du nicht mehr über die Geschichte von diesen Bauwerken, wo ich hingehe? Es ist halt einfach die Zeit nicht, weil sonst wird der Film viel zu lang. Könnt ihr aber bei Wikipedia nachlesen. Bittelsparagon, Bad Kissingen. Jetzt sitzen wir da, ob ich bestellt, nicht abgeholt. Warten ewig darauf, dass wir bezahlen dürfen. Aber leider kommt niemand. Die haben keinen Bock mehr. Also, die haben noch hinten einen Haufen zu tun. Jede Menge Gäste da. Und ja. Aber das Moped wird ja kalt. Müssen wir es wieder warm fahren sonst. Also gut, ich hoffe, dass er gleich kommt. Jetzt hat es ein leeres Glas hochgehalten. Und da hat die Bedienung gedacht, wir wollen noch was trinken. Und dann ist auch ein Wiesel gekommen. Super. Ein geiler Trick. Ich versuche mir um diese Roadmtestale. Ich sage das mal eben zu. Ich sage das mal ein bisschen zu. Und dann wird das Bedeutung. Ich sage das Bedeutung. Ich sage das mal, die dabei zu kommen. Aber das ist ein hoheres Obermtestin. Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020